New Work. Nie war Arbeit so flexibel wie heute. Wir arbeiten im Büro, von zu Hause und von unterwegs. Alle vernetzt durch die Cloud. Doch Netzwerke sind angreifbar. Identitätsdiebstahl, Datenverlust, Spionage und ungewollter Verstoß gegen Richtlinien sind laufende Gefahren. Der sicherste Schutz? Zero Trust Network Access. Erst nach gesicherter Authentifizierung erhalten Nutzer wie Geräte Zugriff auf Daten. Und MacMon SDP macht diesen Schutz einfach, schnell und unkompliziert. Wir sichern drei Arten von Unternehmensressourcen ab. Lokale Ressourcen im Firmennetzwerk, in der Private Cloud und in der Public Cloud. Unser SDP-Controller ist der unbestechliche Türsteher, der jeden Zugriff absichert. Jeder Nutzer identifiziert sich über den SDP-Controller. Erst dann wird eine Verbindung in die Public Cloud, über das SDP-Gateway zu lokalen Ressourcen oder den SDP-Cloud-Gateway in die Private Cloud gestattet. MacMon SDP ist schnell zu installieren und intuitiv zu bedienen. Hochskalierbar für jede Anzahl an Usern, global verfügbar mit deutschem Support, einfach zu pflegen, gehostet in Deutschland. Und natürlich DSGVO-konform. Diese Kunden vertrauen uns bereits. Vertrauen Sie uns und testen Sie MacMon SDP. Zero Trust, but one. MacMon Zero Trust, but one. Let's see. Zero Trust, but one. It's time because it's time-to-date.